Es gibt diese Seminare, ja, da wird vom Beitragsservice veranstaltet, halt eben, wie vollstrecke ich besser den Rundfunkbeitrag, effizienter, ja, das ist dann teilweise auch noch mit Studioführungen verbunden, dass die dann halt eben sehen, wofür sie es vollstrecken in den Rundfunkpalästen. Seit es diesen Rundfunkbeitrag gibt, sind die Vollstreckungszahlen regelrecht nach oben geschossen, ja, die sind förmlich explodiert, es ist eigentlich eine stille Katastrophe, die hier stattfindet, weil das ist ja der Indiz dafür, dass diese Zwangsabgabe krachend gescheitert ist. Wenn so viele Menschen es bis in eine Zwangsvorstreckung darauf ankommen lassen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute mal wieder das Thema GEZ. Wir sehen ja jetzt gerade in der Corona-Krise, dass wir vor allem da bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sehr einseitig informiert werden. Das hat da sogar der Deutschlandfunk auch geschrieben. Insofern habe ich mir heute Markus Mähler eingeladen, der dieses spannende Buch geschrieben hat. GEZ, also abgezockt, warum Millionen Deutsche keinen Rundfunkbeitrag zahlen und wie auch sie sich wehren können. Erstmal, hallo Markus. Hallo an alle, ich freue mich, dass ich mit dir sprechen kann. Markus, du hast ja in deinem Buch vor allem viel über die Zwangsvollstreckung und über die Haft geschrieben. Wenn ich das so immer auch unter meinen Videos lese oder im Freundesbekanntenkreis höre, dann sagen die immer bei dem Festsetzungsbescheid, das steht dann ja schon drin, dass dieser Festsetzungsbescheid ein vollstreckbarer Titel ist. Was hat es da mit auf sich? Wird da wirklich so schnell vollstreckt oder wie geht das? Ja gut, wir steigen gleich mit Vollstreckung und Haft ein. Ja, das hat vielleicht diesen Zettel, diesen Festsetzungsbescheid, hat vielleicht schon mal jeder in den Händen gehalten. Wenn wir halt eben nicht funktionieren, wenn das Rätsel sich nicht dreht, dann bekommen wir diese Festsetzungsbescheid. Ja, das sieht aus wie ein normaler Brief, aber das ist auf gut Deutsch, ich sage jetzt mal ein bisschen unorthodox, das ist der Planko-Check. Damit kann der Rundfunk eine Verstreckung einleiten. Und zwar, wenn wir diese, ich sage mal, wenn wir drei von diesen Festsetzungsbescheiden ansammeln, die Strix-Regel, dann wird im Normalfall oder oft dann schon diese Verstreckung eingeleitet. Und dann hängt es eben davon ab, in welchem Bundesland wir wohnen. Also, ich kann das zum Beispiel mal ein Beispiel geben, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, sind ja zwei Bundesländer. Wenn ich jetzt in Brandenburg wohne, dann werde ich jetzt von einer kleinen Kommune vollstreckt. Wenn ich in Berlin selber wohne, dann, sage ich mal, kommt das Finanzamt um die Ecke. Auf jeden Fall, diese Zettel, das sind, kann man so sehen, das werden so wie behördliche Verwaltungsakte gewertet. Und die Summe, die da darauf steht, die muss dann vollstreckt werden. Und ja, das ist der ganze Zauber. Also im Prinzip, der Rundfunk versichert dann der Behörde, die das vollstreckt, dass das alles seine Richtigkeit hat, dass sie keine Schwierigkeiten damit bekommt. Also deswegen nenne ich das eben auch Persilschein oder Blankoscheck. Ja, viele machen sich ja immer Gedanken, dass dann, wenn zwangsvollstreckt wird, dass sie dann einen Schufa-Eintrag bekommen, dass das Geld eingefroren wird, dass der Arbeitgeber, dass da irgendwelche Unangenehmlichkeiten entstehen. Was hast du zu diesen Einwänden dann zu sagen? Also wir können ja jederzeit, also wir können ja bestimmen, wie weit wir da gehen. Das ist ja sozusagen uns frei, wie viel, ich sag's immer mal, wie viel Widerstand möchtest du leisten? Wann ist es für dich nicht mehr leistbar? Und alles, was da passiert, wird dir ja vorher angekündigt. Das heißt, die Konsequenzen werden dir dann aufgezeigt und du hast dann, ich sag's halt eben mal, du hast jederzeit die Möglichkeit, das zu beenden, damit es halt eben nicht zu diesen schlimmstmöglichen Konsequenzen kommt. Das vielleicht nochmal zur Beruhigung. Also ich sag ja immer, es wird immer halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber ich möchte jetzt natürlich auch nicht sagen, dass eine Zwangsvorstreckung jetzt ein Spaziergang ist. Also den Eindruck möchte ich jetzt auch nicht geben. Aber gibt es da wirklich einen Schufa-Eintrag dann? Es gibt nicht per se einen Schufa-Eintrag. Ich glaube, da kommen wir, wenn wir bei der Vermögensauskunft und bei dem Haftbefehl sind, da kann ich dann, glaube ich, auch sagen, wie es dann vielleicht zum Schufa-Eintrag kommen kann. Aber wie gesagt, nur weil ich vollstreckt werde oder weil ich einen Brief von einem kommunalen Verstecker bekomme oder vom Gerichtsvollzieher, habe ich da noch keine negativen Konsequenzen, auch noch keinen Eintrag in der Schufa. Und du hast ja auch geschrieben, dass sie auch dein Auto fänden können, dass sie auch zu dir nach Hause kommen können und da was fänden können. Kommt das vor oder wird dann halt einfach der einfachste Weg gegangen, dass sie das Konto fänden? Der einfachste Weg, also ich kann es ja nochmal kurz erklären. Es gibt drei Möglichkeiten, wie ich jetzt in Deutschland vollstreckt werden kann. In den meisten Bundesländern ist das halt eben die kleine, ich sage mal, die Gemeindekasse, die Kommune. In großen Städten wie Hamburg oder Berlin ist es zum Beispiel das Finanzamt. In Bundesländern wie Baden-Württemberg oder in Bayern ist die Rundfunkanstalt selber die, die vollstrecken muss. Und die wendet sich dann eigentlich direkt an den Gerichtsvollzieher. Dort läuft das ein bisschen anders. Aber wie gesagt, in den allermeisten Bundesländern bekommt man erstmal einen Brief vom kommunalen Vollstrecker mit der Aufforderung, hallo, ich bin beauftragt, sage ich jetzt mal, folgende Summe an Rundfunkbeiträgen einzutreiben. Bitte zahle bis zu dem und dem Datum. Wenn ich das tue, dann hat sich das auf gut Deutsch erstmal erledigt. Wenn ich es nicht tue, dann ist der Vollstrecker erstmal so ein bisschen frei, wie er der jetzt weiter vorgeht. Und da hat sich meiner Meinung nach eine Unart eingeschlichen. Weil, überleg mal, wenn ich jemandem das Konto vorstrecke, muss ich erstmal die Kontodaten haben. Oder wenn ich jemandem die Wohnung aufbreche, jetzt als Worst Case, muss ich ja auch erstmal wissen, also ich muss ja mir einen Türöffnungsbeschluss besorgen und so weiter und so fort. Oder Kontofänderung und so weiter. Das macht ja alles dem Vorstreckeraufwand. Und dann passiert es, wie gesagt, immer öfter, dass der Vollstrecker einfach am Schreibtisch sitzen bleibt und zum Mittel der sogenannten Vermögensauskunft greift. Das ist für ihn am bequemsten. Das soll maximalen Druck auf den Schuldner erzeugen. Und das führt eben leider immer wieder zu diesen Haftbefehlen. Oder anders formuliert, dort wird wirklich systematisch und wie vom Fließband mit Haftbefehlen gearbeitet. Und es kann immer wieder passieren, dass da jemand verhaftet wird. Im Worst Case. Okay, also ich kann nochmal ganz kurz sagen, wie es bei mir war. Bei mir haben sie dann mittlerweile schon dreimal zwangsvollstreckt. Ich weiß auch gar nicht, wie mein Schufa-Eintrag da aussieht, ob ich da einen habe. Da habe ich noch nie reingeschaut. Beim ersten Mal war es noch relativ entspannt. Ich glaube, das waren 300, 400 Euro. Die haben sie einfach genommen und auf ein Extrakonto verschoben. Ich konnte sonst mein Konto weiter benutzen. Beim zweiten Mal war es so, da war ich gerade unterwegs und wollte Geld abheben. Da war ich gerade, ich glaube, in Leipzig oder Dresden war das. Wollte Geld abheben, dann hat der Automat meine Karte eingezogen. Ich konnte kein Bargeld abheben. Ich konnte dann auch auf mein Konto nicht zugreifen. Also ich konnte keine Transaktionen, also keine Überweisung tätigen. Da war es dann noch ein bisschen härter. Und beim dritten Mal war es dann so, da hat man auch wieder mein komplettes Konto eingefroren. Und da war das insofern so schlimm, dass ich sechsstellige Beträge drauf, die konnte ich dann eine Woche, konnte ich die nicht hin und her bewegen. Und die mussten natürlich weitergeschickt werden. Insofern ist es da auch normal, dass das da, dass die Maßnahmen da immer härter werden oder ist das einfach Zufall, dass da, dass die, oder dass die vielleicht einfach gesagt haben hier bei dem, das ist ja die Finanzbehörde in Hamburg, dass die gesagt hat, okay, wir müssen da rabiater vorgehen. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, erstmal was, was weiß denn jetzt zum Beispiel, wenn du von der Kommune vorstreckt wirst oder vom Finanzamt, was wissen die denn schon über dich? Haben die zum Beispiel deine Kontoverbindung? Und wenn die die haben, dann ist da natürlich, ich sag mal, Alarmstufe rot, weil das ist dann wirklich davon auszugehen, dass die dann einfach diesen, den Weg des geringsten Widerstands oder den, den schnellsten Weg gehen. Und das ist natürlich eine Kontofendung, aber da hast du ja eigentlich einen Monat Zeit, dieses Konto, was da gefendet wird. Du bekommst ja eine sogenannte Fendungsverfügung und du hast dann einen Monat Zeit, dein Konto in ein sogenanntes Fendungsschutzkonto umzuwandeln. Das heißt, das musste die Bank, wenn du noch keins hast, musste die Bank das umwandeln und dann ist auf dem Konto bis zu einer bestimmten Grenze, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele das sind, ich weiß nicht, 1.200, 1.500, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Jedenfalls, da ist dieser Betrag abgesichert, der ist nicht fendbar und natürlich sollte man, also andersrum, ich kann ja keine Radstrecke geben, aber ich habe das immer wieder erfahren, Leute, die sich vollstrecken haben lassen, die haben sich dann natürlich vorbereitet, die haben dafür gesorgt, dass auf dem Konto nicht mehr Geld ist, als über diese kritischen Grenze. Die haben das zum Beispiel auch schon vorsorglich an ein Fendungsschutzkonto verwandelt und damit läuft so eine Maßnahme eigentlich ins Leere. Dann siehst du kein Geld und dann war das für den Vollstrecker erstmal eine Nullnummer. Hat das nicht auch irgendwelche Nachteile, wenn man ein Fendungsschutzkonto hat? Nein, also ein Fendungsschutzkonto zu haben, hat erstmal keine Nachteile. Okay. Der nächste Schritt ist dann ja auch die Zwangsvollstreckung. Also bei mir war es auch, ich kann mich noch erinnern, beim ersten Mal, als sie dann mein Konto gefendet haben, da habe ich die Dame dann beim Finanzamt angerufen. Die war auch sehr sympathisch tatsächlich und ich habe sie dann gefragt, ja warum fänden Sie denn bei mir, warum stecken Sie mich nicht ins Gefängnis? Ich wäre gerne ins Gefängnis gegangen. Wie kommt man denn jetzt ins Gefängnis? Was hat sie da geantwortet? Sie hat gesagt, ja, das wollen wir doch nicht oder irgendwas, hat sie gesagt. Ist schon drei, vier Jahre her, ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern. Ich weiß nur, ich habe sie nachher gegoogelt. Das war eine Dame, die da, wie heißt es, wenn man Jura studiert, da muss man da so ein Fendariat machen. Man muss dann auch einmal beim Gericht oder beim Finanzamt da so eine Station machen. Und so eine war das. Die war sogar sehr gut aussehend. Da dachte ich, dass so eine gut aussehende junge Frau solche Sachen macht, dass die da Zwangsvollstreckung anordnet. Was man vielleicht auch noch wissen muss, ich habe ja schon mal erklärt, das ist von Bundesland zu Bundesland halt eben total unterschiedlich. Ich meine, ich habe ja viele Fälle in meinem Buch beschrieben und da bekommt man auch einen Einblick, was in den einzelnen Bundesländern geht oder was eben nicht geht. Und ich habe natürlich auch einen Vorstrecker drin, der halt eben auch erklärt, dass er das nicht mehr so mitmachen will, dass er selber, ich sage mal, moralische Bedenken bei der ganzen Sache hat. Und es heckt natürlich immer davon ab, auf welchen Vorstrecker trifft man. Wie ist der gesettet? Und er selber bestimmt ja, er hat ja eine gewisse Wahl der Mittel. Und es ist ja auch von Bundesland zu Bundesland anders. Wie gesagt, in bestimmten Bundesländern, weil wir kommen ja irgendwann zum Haftbefehl. Also erst mal ganz kurz gesagt, die Gefahr, wirklich erst mal einen Haftbefehl zu sehen und auch tatsächlich verhaftet zu werden, und das finde ich wirklich tragisch, ist von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich. In bestimmten Bundesländern, dann ist das total entspannt, dann kann das eigentlich fast nicht passieren. In anderen Bundesländern, ich würde es mal fast sagen, ist es leider eine Krauzone, eine Selbstläufer. Und das ist für mich das große Problem, weil hier der Rundfunk meiner Meinung nach nicht mit offenen Karten spielt. Du hast ja sowieso ein bisschen mitbekommen, vor ein paar Jahren war die Diskussion, ja, soll ja eigentlich keiner in Haft kommen, wollen wir nicht und muss aber vom Einzelfall immer abhängig sein. Das sind für mich alles nur so Lippenbekenntnisse. Ich habe in dem Buch halt eben ziemlich klar zeigen können, wenn der Rundfunk das will, dass da niemand verhaftet wird, der den Rundfunkbeitrag nicht zahlt und da verstreckt wird, dann kann er dafür sorgen. Aber das tut er meiner Meinung nach nicht. Bevor wir auf den Haftbefehl nochmal genauer eingehen, du hast ja auch gerade von deinem Fall mit den Zwangsvollstrecker gesprochen. Du hast gesagt, dass sie da Ermessungsspielraum haben. Was ich spannend fand, du hast auch geschrieben, dass das GEZ oder die Rundfunkhäuser Seminare für die Zwangsvollstrecker veranstalten. Könntest du das nochmal weiter ausführen? Ja, nochmal ganz kurz zurück zum Spielraum, ja, es ist leider auch so, dass in bestimmten Bundesländern dieser Spielraum der Vollstrecker immer kleiner gemacht wird. Das heißt, dass der Rundfunk im Hintergrund zum Beispiel auf das jeweilige Innenministerium einwirkt, dass die Vollstrecker eben weitergehen sollen, dass sie mehr tun sollen, dass sie die Extrameile laufen sollen. Und das finde ich eben auch noch beschämend oder auch erschreckend, dass halt eben dieses Verfahren auf Betreiben des Rundfunks immer weiter verschärft wird. Und, okay, du hast jetzt, jetzt habe ich die andere Frage vergessen, du wolltest die Seminare. Die Seminare, genau. Ja, es wird ja auch, der Rundfunk erklärt ja, wir haben ja mit der Vollstreckung an sich nichts zu tun. Ja, wenn da jemand in Haft kommt, naja, das sind halt eben die bösen Vollstrecker. Aber ich kann ja in dem Buch aufzeigen, dass da wirklich ein wahnsinniger Input auf die Vollstrecke halt eben einstürmt von Seiten des Beitragsservice. Also ich muss das ja mal so formulieren, es haben ja ganz viele Leute ein Problem mit ARD und ZDF. Und das wird leider, das kann sich ja leider keine Bahn brechen. Das heißt, wenn wir nicht zahlen, dann gibt es ja keine offene Kommunikation von Seiten der Sender, sondern die schieben uns ja in diese Zwangsmaßnahme ab. Und dort ist es leider so, dass die sich dann halt eben zurücklehnen und wir werden halt eben dann mit Zwangsmaßnahmen bearbeitet, bis wir auf gut Deutsch aufgeben sollen. Und das finde ich halt eine ganz schreckliche Sache, dass halt eben der, 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 das wird ja unterm Strich wird ja der freie Wille der Menschen dabei gebrochen. Und ich finde das halt wirklich eine beschehende Sache. Aber es geht darum, dass halt eben dieser Unwille, der ja da ist und der immer größer wird, der prallt natürlich auf die Vollstrecke ein. Das heißt, sie sind der Prellbock für den Unmut auf ARD und ZDF, weil der sich gar keine andere Bahn mehr brechen kann. Und dann werden halt eben diese Vollstrecke, ich sage es mal ganz offen, geschult. Wie argumentiere ich jetzt gegen den Schuldner? Wie kann ich ihn schärfen? Und da bekommen die sozusagen Leitfäden. Was muss ich da schreiben? Es gibt diese Seminare, ja, da wird vom Beitragsservice veranstaltet, halt eben, wie vollstrecke ich besser den Rundfunkbeitrag, effizienter. Das ist dann teilweise auch noch mit Studioführungen verbunden, dass die dann halt eben sehen, wofür sie es vollstrecken in den Rundfunkpalästen. Und ja, ich finde es halt eben wirklich beschämend, ja, dass halt eben von dieser Seite, das ist ja auch nicht transparent, wirklich die Vollstrecke geprieft werden. Ja, das ist ja, da erfolgt ja auch eine, wie soll ich das sagen, eine Indoktrinierung fast. Ja, eine Vereinflussung von staatlichen Stellen sozusagen. Ich meine, das Argument ist ja immer, dass die sagen, okay, wir sind kein Staatsfunk, wir sind Staatsfern, weil, ja, die sagen halt immer, wir sind neutral. Und dabei, wenn man das natürlich sieht, deren Forderungen werden durch den Staat eingetrieben, ja, nimmt da auf die Zwangsvollstrecker mit solchen Seminaren starken Einfluss. Insofern ist es ja sehr, sehr staatsnah. Ja, sie nehmen verdammt viel staatliche Infrastruktur für sich in Anspruch und dann kann man sich wirklich die Frage stellen, ist das von uns, also wenn uns jemand gefragt hätte, was wir eigentlich wollen und was wir, ich will zum Beispiel gar nicht so weit gehen, dass man jetzt sozusagen zur Maximalforderung übergeht, schafft ADE und ZDF ab. Ja, aber man kann ja die Frage stellen, so wie es jetzt ist, mit dieser merkwürdigen Zwangsabgabe, die es nirgendwo sonst gibt und mit diesem Paragrafenkäfig, wollen wir das, ja, und ist das, kann das auf lange Sicht, das führt ja zu nichts Guten, ja. Es werden ja jedes Jahr Millionen Menschen vollstreckt und für die ist das ja traumatisch, ja. Sie glauben halt eben, sie zahlen Fernsehsender nicht und erleben dann auf einmal Haftbefehle, ja, das ist für mich eine absolut tragische Entwicklung. Ja, wie kommt es denn jetzt zur Haft? Also, ähm, wie gesagt, bei mir war es ja leider nicht so, ich habe ja gesagt, ich wäre gerne ins Gefängnis gegangen, ich wäre gerne medienwirksam ins Gefängnis gegangen, aber dann haben sie dann doch entschieden, mein Konto zu finden, wie, ähm, ja, wie kann man in Haft kommen, wenn man denn möchte? Vielleicht sollte man das mal wissen, also man kann den Rundfunkbeitrag nicht absitzen, das ist leider nicht möglich, ja, das haben schon viele gefragt, kann ich das nicht absitzen, auch als Protest, aber leider sind auch die Paragraphen wieder so, ähm, ich habe ja schon mal erklärt, der Vollstrecker oder zum Beispiel der Gerichtsvollzieher in bestimmten Bundesländern kann ja, andersrum, der Gerichtsvollzieher kriegt ja mal einen Auftrag, aber der Vollstrecker, der hat ja so eine gewisse Wahl der Mittel. Und für ihn am einfachsten, also er kann dann am Schreibtisch sitzenbleiben, ist, wenn er die sogenannte Vermögensauskunft einleitet, weil dann ist auf gut Deutsch der Handlungsdruck bei mir als Menschen, Vermögensauskunft muss man sich so vorstellen, ich werde eigentlich für eine unmögliche Wahl gestellt, ja, das heißt, ich muss entweder den Rundfunkbeitrag zahlen oder ich lasse die Hosen runter, lege mein ganzes Vermögen offen, damit der Rundfunkbeitrag gezahlt werden kann, dass das, wie gesagt, die Möglichkeit zwei ist, oder ich verweigere das. Und wenn ich das verweigere, dann kommen wir, dann kommt der Haftbefehl ins Spiel. Und man erkennt ja, man hat ja überhaupt keine Wahl. Also man muss ja sozusagen einknicken, um halt eben nicht in den Worst Case abzurutschen. Und das ist für mich das Schlimme, ja, dass sozusagen dieses Unverständnis und der Unglauben an den Rundfunk und das Problem, was viele Leute haben, in so ein Zwangsverfahren münden muss, wo die Leute regelrecht gebrochen werden. Weil, jetzt nochmal ganz kurz gesagt, wenn ich diese Vermögensauskunft verweigere, damit der Rundfunkbeitrag gefändet wird kann, und wenn ich den Rundfunkbeitrag nicht zahle, dann kann ein sogenannter Haftbefehl ins Spiel kommen. Das sind dann erstmal zwei Stufen. Erstmal gibt es diesen Haftbefehl, der wird beantragt, der wird mir dann quasi erstmal so vor Augen gehalten, damit ich Angst bekomme. Und dann kann es natürlich wirklich, wenn ich sage, nein, ich will nicht zahlen und ich will auch nicht, dass der Rundfunkbeitrag gefändet wird, dann kann es wirklich zu einer Verhaftung kommen. Und jetzt wird es immer perfider. Dann kann ich in ein Gefängnis kommen. Ich bin kein normaler Häftling, sondern ich kann bis zu sechs Monate in einer Zelle für mich schworen, kann jederzeit den roten Knopf drücken. Also sechs Monate lang kann ich weichgekocht werden, muss drüber nachdenken, wäre es denn nicht besser, den Rundfunkbeitrag zu zahlen, wäre es denn nicht besser, jetzt den roten Knopf zu drücken. Und das ist für mich eine absolut, ja, man muss überlegen, hier geht es immer um eine Abgabe für Fernsehsender und oft nur um ein paar hundert Euro und dann werden hier Menschen da im Gefängnis auf gut Deutsch gebrochen. Es ist ein Mittel, um Menschen zu brechen, ganz klipp und klar. Du hast ja auch mehrere Fälle beschrieben in deinem Buch. Und da ist es ja so, dass in den meisten Fällen ist dann ja, als es dann ein großes Medienecho gab, dann ist da die GZ eingeknickt und die Leute sind relativ schnell aus der Haft gekommen, oder wie war das da genau? Ja, ich konnte ja eigentlich schon mit dem Fall von Sieglinde Baumer, das war die Frau, die halt eben durch die ganz Deutschland erfahren hat, dass sowas passiert. Die hat 61 Tage im Gefängnis gesessen und da hat sich ja alles in Luft aufgelöst, sobald dieses Medienecho kam. Ja, dann hat der MDR die Notbremse gezogen. Ich kann im Buch noch aufzeigen, dass es zumindest Dokumente gibt oder Hinweise, dass der MDR, weil sie haben sich ja so hingestellt, wir haben davon, also wir wussten das nicht. Wir waren auch ganz überrascht und das Dokument lässt zumindest den Eindruck aufkommen, dass der MDR zumindest eine Stelle beim MDR, ich weiß ja nicht, ob das bis nach oben gegangen ist, wirklich schon zwei Tage später von dieser Haft informiert war. So viel dazu. Aber der Rundfunk hat in diesen ersten Fällen, wo das auf gut Deutsch hochgekocht ist, eingeknickt. Ja, es gab den zweiten Fall von Katrin Weihrauch, da kam es auch gar nicht zur Haft. Dann hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg, wie gesagt, von sich aus die Sache gestoppt. Ja, aber man muss halt eben sagen, dass in den letzten Jahren, es gab ja immer mehr Fälle, dass sich dieses Spiel von der Öffentlichkeit wieder in die, man muss ja sagen, so eine Vollstreckung, jeder wird für sich allein vollstrecken. Das findet sozusagen in einem Bereich statt, wo es keine Öffentlichkeit gibt. Und da, das ist halt eben wirklich, ich sage mal so, der beste Freund eines Beitragsrebellen ist halt eben die Öffentlichkeit. Und man kann halt eben feststellen, dass, ich möchte jetzt fast sagen, die ARD immer geschickter wird bei solchen Fällen. Das heißt, dass die Öffentlichkeit eben nicht mehr hergestellt wird, dass nicht mehr darüber berichtet wird. Und dann wird es natürlich schwer für den Beitragsrebellen. Ich kann aber auch sagen, es gibt trotzdem, das ist ja auch Olaf Kretschmann, den ich in meinem Buch begleite, der hat eben erkannt, dass wenn etwas ganz schwierig ist, ja, das ist ja ein total kompliziertes, bürokratisches Zwangsverfahren, wenn es ganz schwierig ist, dann macht es doch wieder ganz einfach. Weil, wenn man sich diesen Paragraphen zu dieser Erzwingungshaft anschaut, da steht ja drin, dass der Gläubige, ja, muss diesen Haftbefehl beantragen und er muss auch das Okay zur Haft geben. Jetzt passiert aber in der Verstreckung in vielen Bundesländern Folgendes. Diese kommunale Verstreckungsbehörde, die fingiert sich zum Gläubiger, damit sie auf gut Deutsch besser und widerspruchsloser vollstrecken kann. Das ist für mich auch eine absolut katastrophale Entwicklung. Die fingiert sich zum Gläubiger und die beantragt diesen Haftbefehl und die gibt teilweise auch das Okay zur Haft. Und dann passiert das wirklich, dass Menschen, die den Rundfunkbeitrag gezahlt haben, in Haft sitzen. Und da sagt Olaf Kretschmer, mach es doch ganz einfach. Der Gläubiger an dieser Sache, wer dich vollstrecken lässt, ist doch die Rundfunkanstalt, ist der MDR, NDR, WDR. Dann frag doch mal den Intendanten, was er dazu sagt. Ist er damit einverstanden, dass du hier verhaftet wirst? Gib dir sein Okay dazu. Und dann passiert das in sehr vielen Fällen, dass sich diese Konstellation dann in Luft auflöst. Aber das Tragische ist halt eben, es findet hier keine offene Kommunikation statt. Die ARD könnte doch sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass Menschen, die den Rundfunkbeitrag jetzt nicht gezahlt haben, dass die da verhaftet werden in der Verstreckung. Und die könnten dafür sorgen, die müssten das ja nur in ihre Auftragspapiere reinschreiben. Aber meiner Meinung nach wird er, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, es wird nicht transparent, es wird nicht ehrlich. Es gibt keinen Beschluss von Seiten der ARD und das finde ich wirklich tragisch. Ich kann ja nicht einerseits sagen, wir finden es nicht gut, dass Menschen in Haft kommen. Und andererseits tun wir nichts dafür. Andererseits habe ich den Eindruck, dass die das gar nicht so verkehrt finden, dass in bestimmten Bundesländern so eine Grauzone entstehen kann, dass die vor Stöcker schalten und walten können, wie sie denn wollen. Und wenn dann jemand in Haft kommt, ja, dann ist das auf gut Deutsch dein Problem. Und Olaf Kretschmann sagt, mach es einfach, bezieh die Rundfunkanstalt in dieses Hauptspiel mit ein. Das ist vielleicht ein Tipp, den ich da geben kann. Wer ist dieser Olaf, den du jetzt schon das zweite Mal erwähnt hast, für diejenigen, die ihn nicht kennen? Olaf Kretschmann ist einer der bekannteren, ich sage mal, GZ-Rebellen, so ist ja dieser Slangbegriff. Und er selber, er möchte halt eben, dass es wieder eine Gewissensfreiheit beim Ball gibt. Und du weißt ja, bis 2012 konnte man sagen, ich nutze keinen Rundfunk, ich habe kein Gerät, ich kann mich abmelden. Und das hat ja ganz viel Druck, sage ich mal, vom Kessel genommen. Und das ist ja 2013 mit dieser kruden Zwangsabgabe namens Rundfunkbeitrag ja vollkommen geschlossen worden. Das heißt, es ist von Anfang bis Ende Zwang. Und er kämpft halt eben dafür, dass es wieder eine Wahl geben kann beim Rundfunkbeitrag. Aber er hat eben auch erkannt, da kommen ja inzwischen Menschen ins Gefängnis. Und das kann doch auch der Rundfunk nicht wollen. Und deswegen hat er sich 2016 gesagt, ich kümmere mich darum, dass Menschen, die wirklich von der Haft bedroht werden, dass das nicht passiert. Ich helfe mit einem Brief an die Rundfunkanstalt zum Beispiel. Ich klinke mich da ein. Und das ist halt eben der Mann, der schon relativ viele Haftfälle verhindert hat. Der vielleicht auch mehr weiß über die Haftfälle als die Allee selbst. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also er ist halt eben jemand, das ist ihm auch noch nicht so bekannt, der sich wirklich sehr stark in diese Haftgeschichte der ARD involviert. Das ist eben, ich begleite ihn da im Buch. Und er hat mir sehr viel Informationen gegeben. Und er hat mir, ja, ich sag mal so ein bisschen die Augen geöffnet, was hier eigentlich wirklich hinter den Kulissen passiert. Also das ist Olaf Kretschmann. Ja, wie ist es denn dann? Wie lange bleiben die Leute dann im Gefängnis? Du hast ja auch einen Fall beschrieben von Markus Leinen oder Lienen. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Da war es ja so, dass er dann als Reichsbürger tituliert wurde. Er wurde ins Gefängnis gesetzt, obwohl seine Frau schwanger war. Und ich meine, da ist natürlich klar, als Vater, als werdender Vater, möchte man natürlich auch die Geburt miterleben. Und das ist natürlich auch, ja, das ist natürlich Druckmittel ohne Ende. Ja, ich finde es nicht immer schreckend. Das wissen ja auch nicht viele Menschen, dass das bei dem alten, bei der alten, also anders kurz formuliert, seit es diesen Rundfunkbeitrag gibt, sind die Vollstreckungszahlen regelrecht nach oben geschossen. Ja, die sind förmlich explodiert. Es ist eigentlich eine stille Katastrophe, die hier stattfindet. Weil das ist ja der Indiz dafür, dass diese Zwangsabgabe krachend gescheitert ist, wenn so viele Menschen es bis in eine Zwangsvollstreckung darauf ankommen lassen. Ja, und so viel dazu. Und das wird ja auch nicht kommuniziert. Und jetzt bei solchen Fällen wie Markus Lühn oder Henning Dornauf oder sie, wie gesagt, man kann ja jederzeit die Reißleine ziehen. Ja, es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich lasse es darauf ankommen, ich gehe so weit, wie ich irgendwie kann. Und wenn man dann, ich habe es ja schon mal gesagt, diese Haft dient ja nicht dazu, dass du den Rundfunkbeitrag absitzt. Und die dient auch nicht formal dazu, um dich zu bestrafen, weil du den Rundfunkbeitrag nicht gezahlt hast, sondern sie soll einfach nur die Zahlung des Rundfunkbeitrags erzwingen. Das heißt, wenn du in dieser Zelle sitzt, von mir aus eine Stunde, und sagst, okay, ich zahle jetzt den Rundfunkbeitrag, dann müssen die dich sofort rauslassen. Das ist ja das Perfide an dieser Sache. Der Rundfunk selber sagt, ja, das ist doch ein normales Mittel, ein normales Mittel der Zwangsvollstreckung, so eine Haft. Okay, normal sagen sie nicht, aber sie stellen es halt eben so dar. Und das ist doch Sache der Vollstrecker. Und ich bin der Meinung, nein, das ist eben nicht Sache der Vollstrecker. Da hat der Rundfunk ganz viel, er ist der Auslöser, er lässt vollstrecken, er ist der Gläubiger. Und diese Menschen, die in diese Zwangslage geraten, die können natürlich jederzeit den roten Knopf drücken. Und damit löst sich diese ganze Sache auf. Damit passiert dir auch nichts, wenn du zahlst. Dann wird die Haft beendet. Das ist auch kein, ja, dieser Haftbefehl ist auch kein ziviler Haftbefehl. Du wirst dann auch nicht verfolgt oder es wird nicht nach dir gefahren. Das heißt, normale Polizist sieht gar nicht, dass es diesen Haftbefehl gibt. Sondern ich sage mal, das war eigentlich ursprünglich mal als Bürokratentheater oder als Bürokratenzwangsmittel gedacht. Das heißt, die Idee, da sitzen irgendwelche Juristen am Tisch und konstruieren immer perfidere Mittel. Wie kann ich den Menschen zu irgendwas zwingen, um ihnen keine Wahlen mehr zu lassen? Und da war die Überlegung, kommen wir doch mal mit dem Haftbefehl um die Ecke. Da knicken doch quasi schon 99 von 100 Menschen ein. Und wenn es wirklich soweit kommt, ja, eine Stunde im Gefängnis reicht auch und die geben auf. Also so ist ungefähr die Denkweise, die dahinter steckt. Aber man hat jetzt zum Beispiel eine Steglin in Baumart gesehen, die ließ es darauf ankommen. Die hat gesagt, ich habe jetzt meine Arbeitsstelle verloren, ich ziehe das jetzt durch, ich ziehe das jetzt sechs Monate durch, weil dann müsst ihr mich rauslassen. Aber das war ja schon so, die Bankrotterklärung des Rundfunkbeitrags. Da sitzt jemand 61 Tage im Gefängnis, lässt es darauf ankommen, weil es um 191 Euro Rundfunkbeitrag geht. 61 Tage hat sie gesessen? Ja, und sie hätte gerne noch mehr gesessen. Aber ich glaube, sie war aber auch ganz froh, dass dieser Fall, sie hat ja so Signale gesendet im Internet, in sozialen Netzwerken und auch im GZ-Online-Bakot-Forum, hat das natürlich die Runde gemacht. Und natürlich ist dann auch irgendwann ein Journalist darauf aufmerksam geworden, hat einem anderen Journalisten einen Tipp gegeben. Und der hat es geschafft, diese Tür, sage ich jetzt mal, im Gefängnis aufzuschließen, ein Interview zu bekommen. Und dann ist das natürlich alles wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Der MDR hat diesen Auftrag zurückgenommen. Damit gab es gar keine Grundlage mehr, dass die Frau Baumart im Gefängnis sitzt. Und damit kam sie frei. Aber das Schlimme ist halt eben, es wurde nie offen kommuniziert. Was ist denn hier in der Hintergrund passiert? Was hat der MDR gewusst? Was hat die Verstreckungsbehörde in Eigenregie gemacht? Wer bezahlt denn dieser ganzen Irrsinn, sage ich jetzt mal? Da ist nie offen kommuniziert worden. Das finde ich wirklich das absolut Erschreckende, was hier passiert. Es geht doch um Fernsehsender. Es geht doch um eigentlich einen Rundfunk, der unser Rundfunk sein soll. Und jetzt diskutieren wir hier sozusagen, wann kommt eine Dame raus, die halt eben den Rundfunkbeitrag nicht zahlen wollte. Das ist eigentlich eine absolut katastrophale Entwicklung. Ja, dass das GZ über sich selbst berichten wird, wie Leute da deren Beitrag verweigern, ist ja sehr unwahrscheinlich. Ja, aber wir alle müssen doch ARD und ZDF bezahlen, damit sie wahr, transparent und offen berichten. Und das Interessante ist, da gehört doch für mich die Berichterstattung in eigener Sache auch dazu. Sonst bin ich doch nicht transparent. Und wie ist es, wenn man dann in Haft war und dann wahrscheinlich, wenn man es schafft, ein großes Medienecho auszulösen, dann wird man ja vorzeitig entlassen. Lassen sie dich dann in Ruhe? Musst du dann dein Leben lang keine GZ-Beiträge mehr bezahlen? Oder wie läuft das dann? Ich habe das von vielen bekommen, die so ein Medienecho ausgelöst haben. Die bekommen zwar noch diese Briefe pro Forma, aber es geht dann, soweit ich das sehen kann, nicht wieder in dieses Spiel noch mal Haft oder noch mal Verstreckung. Also die sind dann, ich sage mal, ja, ich will jetzt nichts beschwören, aber ich habe halt eben gesehen, dass dann, ich weiß nicht, ob die dann so einen roten Marker dann irgendwo in Köln, ja, in dieser Datei dann machen. Achtung, ich weiß es nicht. Aber da ist halt eben da nichts, soweit ich das sehen kann, da nichts weiter passiert. Ich sage ja auch immer, ich hätte mir, oder ich würde mir mal gerne mal so das Gefängnis anschauen, mal so eine Besichtigung da machen, einfach mal schauen, wie man es da aushalten kann. Warst du da schon mal im Gefängnis oder hast du von den Leuten, die du da, über die du geschrieben hast, hast du von denen gehört, wie da der Gefängnisaufenthalt war? Ich meine, letztendlich ist es, ich sage immer, das Staat bezahlter Urlaub, du kriegst gutes Essen, wahrscheinlich auch, wenn du vegan bist, noch veganes Essen, kannst Sport machen, kannst lesen. Ja, natürlich, du darfst, vielleicht hast du auch Ausgang. Wie sieht es da aus im Gefängnis? Ich habe ja mit Silvinde Baumert gesprochen, über zwei Monate im Gefängnis. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es für sie auch so eine Art, kann man den Begriff so ein bisschen Klosterklausur, also so eine Phase der Selbstfindung vielleicht. Ich möchte da jetzt aber auch nichts in den Mund legen. Aber man muss eben auch klar sehen, also du bist, wenn du in dem Gefängnis bist, du bist zwar drin, aber eigentlich ist es schon ein Unfall. Ja, es sollte eigentlich nicht passieren. Und eigentlich bist du nur dafür da, um aufzugeben. Und du bist auch kein normaler Häftling. Das heißt, du bist eigentlich von den anderen Strafhäftlingen eigentlich so abzutrennen. Du sollst eigentlich nicht mit denen in Kontakt kommen. Aber ich habe das bei mehreren Fällen gesehen, die Realität sieht eben so aus, die Gefängnisse sind so voll, dass es gar nicht zu leisten. Das heißt, Heinrich Dück, der halt eben auch in Haft war, der kam in das große Gefängnis in Köln, der hat eben Kontakt zu, ich sage mal, zu den harten Jungs gehabt. Aber er hat gesagt, die haben sich sehr einständig ihm gegenüber verhalten. Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, das mal erlebt zu haben. Aber man muss halt eben auch sagen, in so einem Gefängnis ist eine Welt für sich. Ja, das ist ja kein, am Spielplatz ist es nicht. Obwohl es ist, es ist natürlich jetzt, ich will jetzt auch keine Angst machen, aber es ist eine in sich geschlossene Welt. Und die Biografien der Menschen, die da sind, die sind ja auch wieder ganz, ganz eigen. Also eigentlich ist es auch schon ein sehr interessantes Thema. Also ich kann mir das, ich habe mir auch schon mal so überlegt, ja gut, mal da so ein bisschen Gefängnisluft schnuppern. Mal sehen, ja, und dann mal die Frage stellen, warum sitzt du, ja, auch vor sehnliche Kindstötung? Nein, ich hatte einen Rundfunkbeitrag nicht gezahlt. Also das ist ja schon eine total krasse Gesprächseröffnung. Ja, du hast ja auch einen Selbstversuch in deinem Buch gemacht. Du schreibst ja darüber, wie du dann verweigerst. Ich meine, das wäre ja noch skandalöser gewesen, wenn du über deinen Gefängnisaufenthalt gesprochen hättest. Ja, dann hätte ich das Buch fertig schreiben müssen. Ja, genau, vielleicht beim nächsten Mal, der zweite Teil dann. Genau. Also was ich halt eben gesehen habe, wenn man das jetzt so sieht und so erklärt, das kann ja so wirklich ernste Konsequenzen haben. Aber ich habe zum Glück mit dem Anwalt eben auch gesehen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, sich zu wehren und ich sage mal, Lücken im System zu finden. Und ich glaube auch, die Aufgabe des Anwalts, mein Eindruck ja, ist auch wirklich, diese Lücken zu finden und aufzuzeigen. Das führt zwar langfristig dazu, dass diese Lücken natürlich geschlossen werden, sei es jetzt zum Beispiel Fendungsverfügung, sei es jetzt wie aktuell der Fall in Hessen mit diesen Maschinenbescheiden. Aber es ist doch, glaube ich, die Hauptaufgabe, den Leuten wirklich mal vor Augen zu führen, was hier passiert, um bei den Leuten eine Art, wie soll ich das sagen, eine Erkenntnis auszulösen, das so wie es ist, kann es da nicht weitergehen. Der Rundfunk konstruiert ein System oder lässt ein System konstruieren. Die Politik führt das aus, sie erhöht den Rundfunkbeitrag, sie erhöht den Zwang immer weiter, als ob es gar keine Alternative gäbe. Und da ist es, glaube ich, wäre es gut, wenn die Leute erkennen, welche katastrophalen Ausmaße das schon erreicht hat. Und wenn sie dann auch Druck ausüben und einfach das Signal geben, so kann es nicht weitergehen, das wollen wir nicht. Und wir sind ja die über 40 Millionen Beitragskonten. Das Schlimme ist, wir haben aber keine Lobby. Wir haben keine Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, was da passiert, wie wir zum Beispiel vollstreckt werden, wie viel wir zahlen müssen. Das passiert alles nicht. Und ich bin der Meinung, dass man, wenn man wirklich zeigt, wie es aussieht, dass man den Leuten vielleicht auch ein bisschen die Wichtigkeit des Themas zeigen kann. Du hast jetzt gerade zwei Sachen genannt. Einmal den Fall in Hessen und den anderen Fall. Kannst du das nochmal weiter ausführen, wie man dann da rauskommen kann, wie man um den Rundfunkbeitrag, wie man den umgehen kann? Umgehen ist jetzt, also ich habe ja zum Beispiel in dem Buch, habe ich eben auch beschrieben, wie Menschen sich, auf gut Deutsch, wie sie vom Radar verschwinden. Ja, Möglichkeit ist, eins ist zum Beispiel, sich ins Ausland abzumelden, aber das ist ja alles so ein unehrliches Spiel. Und das kann ich jetzt auch schlecht zwischen Tür und Angel erklären, weil da muss man sich die Dokumente anschauen, was haben da Menschen gemacht, um da rauszukommen und welche Konsequenzen konnte das haben oder welchen Erfolg konnte das haben. Das kann ich jetzt schlecht erklären, aber dieser Fall in Hessen, der ist halt eben wirklich interessant, weil ich dann, daran kann man wirklich wunderbar erkennen, welche Ausmaße dieses System halt eben hat. Kurz zur Erklärung, seit Jahren erlässt der Beitrag sowieso schon vollautomatisiert durch Maschinenbescheide. Da guckt kein Mensch mehr drüber, ob ich auf gut Deutsch säumig bin, sondern irgendwelche Maschinen regnen das aus. Und das habe ich ja schon mal erklärt, diese sogenannten Festtestungsbescheide, die sind ja die Grundlage, dass irgendwann Menschen vollstreckt werden und da passieren ja schlimme Sachen, da werden ja ganze teilweise Existenzen ruiniert. Und dieses vollautomatische Erlassen durch Maschinen, das hat, wie soll ich das sagen, 2018 hat die ARD die Politik darauf hingewiesen, es könnte hier zu Rechtsstreitigkeiten kommen, weil es noch keinen eindeutigen Paragrafen gibt, der das dem Rundfunk erlaubt. Dieser Paragraf kam jetzt im Juni 2020, aber man kann sich die Frage stellen, dann wurden ja schon seit Jahren Bescheide ohne diesen Paragrafen erlassen. Das ist ja ein Problem, das ist ja eine rechtliche, ich sage mal, eine Lücke. Darauf hat der Anwalt in Hessen hingewiesen. Er hat dann sozusagen zwei sogenannte Festtestungsbescheide angegriffen und dann ist folgendes passiert, der hessische Rundfunk hat erstmal, er konnte nichts dazu sagen, er hat keinen Kommentar dazu abgegeben, er hat aber den Widerspruch zugelassen und er hat diese beiden angegriffenen Bescheide, die haben sich auf gut Deutsch in Luft aufgelöst. Das ist ja eine sehr interessante Botschaft, aber was ich eben auch jetzt hier wieder tragisch finde, zum Beispiel seit Juni 2020 gibt es ja diesen Paragrafen. Das heißt, der Rundfunk darf jetzt durch Maschinen seine Bescheide erlassen, aber was ist denn mit den Millionenbescheiden, die jetzt sozusagen gerade vollstreckt werden? Es werden Millionenbescheide aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 vollstreckt und dann darf man ja durchaus die Frage stellen, ja, da gab es den Paragrafen aber noch nicht. Aber dann ist jetzt aber auch diese Widerspruchsfrist von einem Monat ist ja schon längst abgelaufen. Und hier wäre es jetzt, ich sage das jetzt nochmal theoretisch, was, da müssten jetzt Menschen, ja, die da vollstreckt werden, sich da mit dieser Argumentation wehren und es braucht es Richter, die halt eben sagen, okay, diese Widerspruchsfrist ist zwar abgelaufen, aber das ist trotzdem ungerecht, wenn der jetzt einfach vollstreckt wird. Ja, es gibt ja, ich habe das, glaube ich, in einem anderen Video schon mal erzählt, es gibt einen öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch, ja, das heißt, ein Richter kann sagen, hier ist die Verstreckung dieses Verwaltungsaktes halt eben zu stoppen. Also, es ist wirklich interessant, was da vor Gericht passieren kann, aber de facto ist, es sind Maschinenbescheide und der Paragraf 10a im Rundfunkbeitrag, Staatsvertrag, der das erlaubt, der Bescheid aus der Maschine erlaubt, der gilt eben aus der Bionuit 2020 und ich finde es unglaublich spannend, was die Menschen daraus machen und was auch vor allem, was vor Gerichten dann passiert. Und du hattest noch nach der anderen Sache gefragt, ja, da ging es um eine Pfändung, ich wurde ja vom, also ich hier in Baden-Württemberg wurde ja auch mit einer Vermögensauskunft halt eben konfrontiert und dann ging es auch um den Haftbefehl, dann habe ich zum Beispiel erfahren, dass hier in Baden-Württemberg müsste der Südwestrundfunk diesen Haftbewehl selbst, ich sage mal, zustimmen, hat er natürlich nicht gemacht und dann ging das natürlich irgendwann über zur Pfändung und da hatte ich das große Glück, dass der Anwalt, der eben auch den Erfolg, der Thorsten Bölk, der den Erfolg in Hessen erzielt hat, der halt eben diese Pfändungsverfügung auf gut Deutsch, ich sage mal, auseinandergenommen hat. Da hat sich die Pfändung bei mir eben auch in Luft aufgelöst, die wurde dann zurückgenommen, aber eben erst vor Gericht, das ist eben das Tragische, das heißt, der Rundfunk an sich hat, ich habe ja alle Argumente, so wie sie waren, vom Anwalt schon reingeschrieben, er hätte ja von sich aus das einstellen können, aber nein, er ließ es eben auf einen Prozess ankommen und dann vor Gericht hat er dann ähnlich wie in Hessen einen Rückzieher gemacht und das ist zum Beispiel auch eine sehr bedenkliche Entwicklung, wie ich finde, es ist offenbar so, dass der Rundfunk Urteile, wenn es mal zu Ungunsten ausgeht, also wenn es mal nicht zu seinen Gunsten läuft, dann streicht er vor Gericht die Segel, er lässt den Widerspruch zu, irgendein Bescheid löst sich dann auf gut deutschen Luft auf, aber es gibt kein Urteil für die anderen Menschen, dass sich ja da jemand drauf berufen kann. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass das System, hier wird ein System geschützt. Und es ist ja so, ein bekanntes Urteil ist ja das vom Landgericht in Tübingen, das wird ja, wenn ich das richtig erinnere, da hast du ja auch darüber geschrieben, das wird dann ja vom obersten Gericht, ich glaube, war das der Bundesgerichtshof oder Bundesverwaltungsgericht, wurde das dann aufgehoben. Das ist ja auch meine Erfahrung, man geht dann irgendwie auf rechtlichen Weg dagegen vor, aber wie Hans-Hermann Hoppe, der sagt ja immer so schön, der Staat ist letztendlich, der ist Letzentscheider bei allen Konflikten, auch die Konflikte, die ihn selbst betreffen und dementsprechend kann man natürlich, wenn man den Staat verklagt, was ja letztendlich die Rundfunkanstalten sind, das ist eigentlich, ja, ist tatsächlich der Staatsfunk, die sind auf Linie mit dem Staat, die sind der verlängerte Arm vom Staat, die schulen, die Zwangsvollstrecker, insofern, wenn man die verklagt, dann hat man meistens eigentlich nicht so die besten Aussichten. Was ich vielleicht noch sagen muss, nur mal so ein Beispiel, der Rundfunkbeitrag, Staatsvertrag, das ist leider ein Dokument, was halt eben den Rundfunk maximal begünstigt, aber eben vor dem Ministerpräsidenten geschaffen wird. Jetzt muss man sich folgende Frage stellen, wenn ich jetzt sozusagen gegen den Rundfunkbeitrag vorgehe, sei es jetzt seine Vollstreckung oder so, dann findet das immer vor sogenannten Verwaltungsgerichten statt und der Dienstherr von Verwaltungsgerichten ist ja natürlich das jeweilige Bundesland. Also der Staat, das muss man natürlich immer wissen. Natürlich ist ein Richter nicht weisungsgeboten, der ist unabhängig. Es kommt immer darauf an, dass es Menschen gibt, die Nein sagen. Zum Beispiel ein Anwalt, der das nicht einfach hinnimmt oder eben auch ein Richter wie der Richter Spritzler in Tübingen, der sich dann auch wirklich reingekniet hat und versucht hat, das für sich aufzudröseln. Hier muss man aber auch wissen, dass er, Tübingen liegt ja in Baden-Württemberg, das gehört zum Sendebereich des Südwestrundfunks und der Justiziar des Südwestrundfunks ist Hermann Eicher und der ist sozusagen, ich würde sagen, die graue Eminenz des Rundfunkbeitrags. Und da ist folgendes passiert, diese Beschlüsse, es sind keine Urteile in Tübingen, aber diese Beschlüsse sind dann eben auf Betreiben des SWR immer wieder von der höheren Instanz, ich sag mal, kassiert worden, von höheren Instanzen einkassiert worden und das ist eben wirklich das Tragische. Da gibt es mal einen Richter, der sozusagen wirklich mal aus der Perspektive der Menschen denkt und nicht aus der Perspektive des Systems. Das System muss funktionieren, das System muss glückenlos sein, die Menschen müssen gezwungen werden, das ist das Schlimme. Da darf man sich ja die Frage stellen, ist es denn die Aufgabe eines Richters im Sinne des Systems zu denken oder denk, wie soll ich das sagen, also es ist halt eben, es ist fast wie eine Mauer. Also der Rundfunk sorgt dafür, dass es im ganzen Land Urteile gibt und dann müssen sich andere Richter darauf beziehen und sagen, das ist ja da schon entschieden worden und dann hat man damit dem Argument verloren und so weiter und so fort und ich bin der Meinung, das sind doch unabhängige, nicht weisungsgebundene Menschen und trotzdem passiert das, dass so viele Klagen abgebügelt werden. Ich finde das auch, das ist auch wieder so eine bedenkliche Entwicklung. Ja, also ich bin ja der Meinung, dass du sagst, die Richter sind nicht weisungsgebunden, aber ich bin da der Meinung, dass sie alles andere als unabhängig sind, weil natürlich, ich weiß nicht, wie er das auf den untersten Ebenen ist, aber je höher du kommst, dann wird das natürlich, die Richter beim Bundesgerichtshof, die werden von der Politik ernannt, da musst du dann nur mal, da musst du nur mal auffallen, dass du staatskritisch bist und dementsprechend auch Urteile fällst und schon wirst du irgendwie zwangsversetzt oder nicht mehr befördert. insofern, ich meine, ich habe ja auch, ich habe Lehramt studiert, ich hätte Lehrer werden können und da sieht man halt auch, wie man eigentlich bei der Ausbildung schon immer mehr auf Linie gebracht wird und ich denke mal, so ist es auch bei Richtern, dass Richter halt einfach ja sehr staatsführig sind und dementsprechend sehe ich da immer wenig Erfolgsaussichten, wenn man vor Gericht zieht. Da kann ich vielleicht noch kurz hinzufügen, also ich habe das ja durch den Anwalt auch kurz erklärt bekommen, so ein Richter, wenn er Karriere machen will, muss er sozusagen seine Fälle, möglichst viele Fälle möglichst schnell durchbekommen. Oder wenn er zum Beispiel so einen Fall beim Rundfunkbeitrag dem Bundesverfassungsgericht vorlegen will und jeder weiß ja, wie sehr wohlgesund das Bundesverfassungsgericht im Rundfunk ist, dann muss er das sehr gut begründen. Also ich gehe da d'accord. Es gibt ganz viele, ich sage mal mal, Dinge im Hinterkopf, die so ein Richter berücksichtigen muss, die halt eben seine Unabhängigkeiten, die dem nicht gut tun, sage ich mal. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, wie sieht es denn aus? Was würdest du empfehlen, wenn man da einfach der GZ-Stein in den Weg legen will? Also ich sage ja einmal, ja, am besten ist es halt immer verweigern, immer ein bisschen Sand ins Getriebe streuen, damit die möglichst viel Arbeit haben, damit auch die ganzen Kommunen damit belastet werden, mit Zwangsvollstreckungsbescheiden und so. Und da, du hast ja auch ausgeführt, dass diese Zwangsvollstreckung, wenn das dann an die Kommunen geht, dass das eigentlich für diesen Zusatzgeschäft ist. Ja, oder was würdest du empfehlen? Wie kann man am besten vorgehen? Es ist, es ist natürlich ein Zusatzgeschäft, das ist aber auch eine unglaubliche Belastung für die Kommunen. Also der Rundfunkbeitrag, so wie ich das sehe, ist inzwischen der größte Einzelposten, was solche Verstreckung angeht. Ja, jedes Jahr bis zu anderthalb Millionen Mal muss da verstreckt werden. Das ist eine riesige Belastung. Vor einigen Jahren wurden, wurden dann, mussten zusätzliche Stellen, also zusätzliche Leute eingestellt und natürlich auch bezahlt werden, extra wegen der Verstreckung des Rundfunkbeitrags, das muss man sich mal vorstellen. Die Politik kommt dann natürlich auch immer mehr in Rechtfertigungsnöte. Ja, sie müssen jetzt schon wieder eine Erhöhung durchboxen, sage ich jetzt mal. Oder wenn man aber auch sieht, welche Belastung, es wird ja zu einer immer größeren Belastung, sei es die kommunale Verwaltung, sei es sozusagen die finanzielle Last für alle Menschen. Und wenn wirklich jeder inzwischen erkennt, dass wir hier an einem toten Punkt angekommen sind, ja, der Politik bleibt ja inzwischen nur noch übrig, ja, wir winken jetzt die Erhöhung durch. Ja, es gibt ja gar keine Alternative. Es passiert ja nicht, dass sozusagen jemand wirklich die ARD wirklich zu einem massiven Sparen zwingen kann. Das ist ja irgendwie, das ist ja außerhalb der Denk, des Denkhorizonts. Das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Leute halt eben das nicht auf sich beruhen lassen, dass sie wirklich zeigen, dass sie ein Problem haben. Auch wenn es im Einzelfall halt eben immer nicht wirklich angenehm ist. Aber im Großen sieht man halt eben, wenn der Rundfunkbeitrag immer mehr Probleme verursacht, dann kann es doch nicht so weitergehen. Und das ist sozusagen die Hoffnung, die ich habe, dass es irgendwann auch bei der Politik klar wird, was wir hier tun, ist sozusagen gegen den Willen der Menschen. Und das kann ja auf Dauer nicht funktionieren. Ja. Ja, was gibt es denn für Möglichkeiten? Was würdest du denn jetzt jemandem raten, was ist das beste Vorgehen, um die GZ zu verweigern? Ich kann jetzt natürlich keinem raten, weil ich bin ja kein Anwalt. Aber ich habe dir ja schon mal erklärt, es gibt jetzt aktuell diesen Fall in Hessen, wo, wie gesagt, de facto werden hier gerade Rundfunk, also Festsetzungsbescheide verstreckt 2017, 18, 19 Millionen Stück, die halt eben noch ohne diesen Paragrafen erlassen wurden. Dann hatte ich ja, glaube ich, schon mal erklärt, es gibt halt eben auch viele Menschen, die halt aus diesem Radar, dieses Zwangssystems verschwinden. Ja, das ist in dem Buch mit diesem, ich habe mir das ja auch mal erklären lassen oder zum Beispiel Fälle mal angeschaut, wie das genau funktioniert, vom Radar zu verschwinden. Ja, aber ich will jetzt natürlich keinem Menschen zu irgendwas raten, das kann ich ja nicht, sonst bekomme ich hier ein bisschen Probleme. Aber ich bin eigentlich für gute Dinge, weil die Leute suchen ja selber aktiv nach, das ist ja das Lustige, man sagt, man erhöht den Zwang immer weiter und dann geben die Menschen auf. Nein, die Menschen geben natürlich nicht auf, sondern es geht weiter. Ich meine, dieses Problem, was die Menschen mit ARD und ZDF haben, das löst sich doch nicht dadurch auf, dass sie sozusagen immer schärfer vollstreckt werden. Das erhöht ja den, ich meine, ich glaube, ARD und ZDF brauchen sich ja wirklich nicht wundern, warum inzwischen wirklich diese massiven Unwille da ist. Sie können sich auch beim Rundfunkbeitrag bedanken. Und wie gesagt, ich kann jetzt nichts raten, aber ich kann einfach sagen, ich bleibe am Ball, ich werde immer wieder aufzeigen, was sich ja gerade tut. Wenn ein Anwalt zum Beispiel wieder eine Lücke gefunden hat oder wenn Leute sozusagen aus dem System verschwunden sind, dann möchte ich natürlich gerne darüber berichten. Ich möchte das gerne am Leben halten. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit dem deutschen Rundfunkbeitrag? Wir haben ja auch in der Schweiz gesehen, da hat man über die BILAG abgestimmt und das habe ich in deinem Buch, das war mir auch neu, dass da vor der Abstimmung hat die BILAG ihre Gebühr um 20 Prozent gesenkt. Wir sehen auch in Dänemark, das war mir auch neu, da hat man das Budget um ein Fünftel gekürzt, sogar noch mehr. Und in England, ne Quatsch, dann sind ja auch 20 Prozent. In England, da sagt Johnson, der sagt jetzt auch, die Rundfunkgebühren, die werden dann in Frage gestellt. Insofern, wann ist da Deutschland dran? Siehst du da irgendwie eine Bewegung? Siehst du da irgendwie, ja, wie ist da deine Einschätzung? Es kommt, wie hast du ja schön erklärt, überall in Europa kommt es zu Reformen. Das heißt, dieses Konzept Rundfunkanstalt ist ja ein uraltes Ding. Es ist ja inzwischen vollkommen aus der Zeit gefallen. Das ist ja aus den 1950er und 60ern. Ja, muss man überlegen, wir sind in den 2020. Und wie gesagt, überall kommt es zu diesen Reformen, aber ich habe den Eindruck, dass die ARD, das, ja, ich kann mich noch an Tom Bohr erinnern, ja, der dann 2018, wo diese Volksabstimmung in der Schweiz war, wo er dann sozusagen etwas hoffnungsfroh verkündet hat, ja, das ist ja in Deutschland jetzt ziemlich zur Debatte, ist an uns vorbeigegangen. Ich glaube, ich glaube, hier kommt noch, bei uns kommt noch der, 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 der große, naja, der große, ich sage mal, den Leuten ist doch klar, hallo, überall kommt es zu Veränderungen, nur hier in Deutschland nicht. Und das kann doch auf Dauer nicht, nicht gut sein. Also ich glaube, in den nächsten Jahren und vielleicht kann ich da auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, wird es halt eben auch wirklich zu politischen Reformen kommen müssen, weil das ist ja auch der Politik klar, dass es so, wie es jetzt ist, das kann es ja nicht weitergehen. Der Rundfunk an sich, kann man sich die Frage stellen, welche gesellschaftliche Funktion erfüllt er noch, die ist ja auch total schwammig formuliert, ja, welche Aufgabe hat er noch, was gibt er den Menschen noch und was wollen die Menschen und es kann ja nicht Aufgabe der Menschen sein, ein immer teureres Rundfunkkonstrukt zu finanzieren, was immer unübersichtlicher ist und was ich immer mehr auf Zwang verlassen muss. Ja, diese Sender verstecken sich ja hinter dem Zwang und ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren auch von Seiten der Politik klar sein muss, dass es hier zu Reformen kommt, aber das ist jetzt die Frage, wie weit wird dann die Politik gehen und da bin ich der Meinung, dann liegt es an uns, ja, wir müssen da wirklich auch einen, ich sage mal so, wir müssen einen Handlungsdruck erzeugen. Ich bin der Meinung, es ist längst überfällig, es ist längst überfällig. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte jeder im kleinen Anfang da möglichst viel Sand ins Getriebe streuen und man sieht ja auch, je mehr die zu tun haben, desto mehr beschweren sich die Kommunen, desto mehr tut sich da, desto mehr wird da der Beitrag erhöht werden und desto mehr, ja, es kommen immer mehr Leute dazu, die damit unzufrieden sind. Und insofern, ja, erstmal danke für das Interview, Markus, hat mich gefreut. Okay, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal an die Zuschauer zu Hause, also hier das Buch abgezockt, kann ich nur empfehlen, wie auch schon gesagt, ich habe da viele neue Sachen rausgelernt, ich habe das auch unten verlinkt, insofern vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Danke. Tschüss.